Kants Kritik der reinen Vernunft in drei Schritten erklärt. Das ist ja das Hauptwerk von Kant. Und ich will eingehen auf, das wäre der erste Schritt, auf die Problemlage, auf die Kant reagiert hat. Also sozusagen die Zielbestimmung der Kritik der reinen Vernunft. Und zweitens dann seine Problemlösung. Und drittens dann ein paar Ausblicke geben auf die weitere Entwicklung der kantischen Philosophie innerhalb des deutschen Idealismus. Das wären die drei Schritte. Ja, der Ausgangspunkt, das war der jumsche Skeptizismus. Also sein Angriff auf den Begriff der Kausalität. Denn Hume, also dieser schottische Philosoph David Hume, hatte nachgewiesen, dass auf der Basis des Empirismus eine zwingende Naturwissenschaft auf Grundlage der Kausalität nicht möglich ist. Und wir da nur uns bewegen im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Denn die Kausalität, also dieser Ursache-Wirkungs-Zusammenhang, der ja ganz entscheidend ist innerhalb der Naturwissenschaft, die ist eben empirisch nicht darstellbar. Man kann zwar sehen, wie zwei Ereignisse sich folgen und auch eigentlich sozusagen fast immer folgen, aber man hat eben keine hundertprozentige Gewissheit. Denn dieses Scharnier zwischen zwei Ereignissen, das fehlt eben. Das kann man empirisch nicht nachweisen. Also diese Kausalität ist nicht aus der Erfahrung nachweisbar. Ja, das war eine ziemlich desaströse Argumentation, aber auch eine zwingende Argumentation, die David Hume vorgelegt hat. Und Kant hat gesagt, dass ihn David Hume aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt hätte. Und das andere Problem, das Kant vorfand, das war der Materialismus, der immer mehr um sich griff im Zuge der Aufklärungsphilosophie. Dass man also den Menschen sozusagen runterdefiniert auf die biologische und letztlich auch auf die animalische Ebene und eben die Willensfreiheit abspricht, tendenziell. Denn Tiere haben ja keine Willensfreiheit. Und da sah Kant im Prinzip die Moral fortschwimmen aus dieser Bewegung. Und deswegen musste er, oder deswegen wollte er die Willensfreiheit, die menschliche Willensfreiheit philosophisch neu fundieren. Das war also seine Aufgabe. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Und er glaubte sie zu lösen, indem er eine kopernikanische Wende in der Erkenntnistheorie vollzieht. Also Kopernikus hat ja nachgewiesen, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht. Und in der Erkenntnistheorie war man ausgegangen, dass sozusagen der Verstand sich um die Dinge zu drehen habe. Also erst sind da die Wahrnehmungsgegenstände und dann kommt der Verstand. Aber Kant hat gesagt, man soll es mal umgekehrt versuchen. Man soll mal versuchen, wie die Wahrnehmungsgegenstände sozusagen von der Auffassungsgabe gezwungen werden, in ein bestimmtes Schema zu passen. Ansonsten werden sie erst gar nicht aufgefangen vom Netz unserer Wahrnehmung. Also Kant sagt, dass zwar die Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, aber in der Erfahrung steckt schon ungeheuer viel Konstrukt, Konstruktion, Verstandeskonstruktion. Und da hat er unterschieden, die reinen Anschauungsformen, also Raum und Zeit. Also alles, was uns erscheint, muss in Raum und Zeit erscheinen. Wenn das nicht der Fall ist, dann können wir keine Erkenntnisse darüber, keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse darüber gewinnen. Dann bewegen wir uns irgendwie im Glauben. Also die Dinge müssen schon erscheinen und dann sind sie auch im Erkenntniszusammenhang vorhanden. Und hinzugefügt hat er dann neben diesen a priori, das ist auch so ein Wort, das bekannt, sehr wichtig ist, also es sind a priori Auffassungsformen. Neben diesen Anschauungsformen hat er dann zwölf Kategorien, auch noch als Vorgaben gesehen. Und das hat er aus den logischen Formen von Aristoteles übernommen. Darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, das kann man leicht sich im Netz dann anschauen, welche das sind. Aber hier ist eben als wichtigste dabei die Kategorie der Kausalität. Also alles, was uns erscheint, erscheint a priori gezwungen durch unseren Geist in Form der Kausalität. Also wir nehmen schon praktisch die Sinneswahrnehmung, werden in die Form der Kausalität gepresst. Und dann kann eben auch diese Kausalität zwingend sein. Das war die Argumentation von Kant. Also er hat Unterschieden zwischen einer Welt der Erscheinungen, in der die Naturwissenschaft absolute Gültigkeit hat. Das war ja auch naheliegend nach den großen Erfolgen von Newton und Galilee. Also man kann ja nicht sagen, dass der Stein eben nicht fällt, sondern er fällt aufgrund der Gravitation. Und das hat sich ja bewährt, nicht als Wahrscheinlichkeit, sondern als absolutes Gesetz. Und da will Kant also keineswegs da irgendwie zurück in diesen Skeptizismus à la David Hume. Und er glaubt durch seine Argumentation der kopenikanischen Wende die Gültigkeit der Naturwissenschaft sozusagen gerettet zu haben. Aber was erscheint uns eigentlich? Also Kant muss ja davon ausgehen, dass eine unbekannte Kraft, ein Ding an sich, wie er sagt, sozusagen Signale aussendet. Und diese Signale werden dann über unsere Auffassungsgabe in das eben genannte Korsett gezwängt. Also die Kategorien und die reinen Anschauungsformen. Das heißt, die Naturwissenschaft ist nur gültig im Bereich dieser Erscheinungswelt. Und über das Ding an sich können wir eigentlich nichts sagen. Und gerade diese Fassung von Kant, in dem er also unterscheidet zwischen Ding an sich und Welt der Erscheinung, die rettet dann sozusagen die Willensfreiheit. Denn wenn auch die Willensfreiheit innerhalb des naturwissenschaftlichen Weltbildes nicht zu retten ist, so wissen wir nicht, ob sie nicht doch über das Ding an sich möglich ist. Ebenso wie die beiden anderen metaphysischen Ideen, also Seele und Gott. Das sind dann eben Dinge, die nicht im Sinne der Naturwissenschaft bewiesen werden können, die aber möglich sind, weil ja die Naturwissenschaft sich nur auf diese Erscheinungswelt begrenzt. Ja, so glaubte Kant die beiden Probleme zu lösen. Also man kann die Willensfreiheit und man kann, also die beiden Probleme, die ich am Anfang aufgewiesen habe, den jungen Skeptizismus im Hinblick auf die Kausalität und die Reduktion des Menschen auf Materie und damit der Angriff auf die Willensfreiheit. Also innerhalb der Erscheinungswelt gelten die Naturgesetze und da ist auch die Willensfreiheit nicht nachweisbar. Aber man kann auch die Willensfreiheit und ebenso den Glauben an die menschliche Seele und an Gott nicht zwingend widerlegen. Ja, weil sie ja im Prinzip ein Teilbereich dieser anderen Welt des Dinges an sich sein können. Und wenn wir in uns selber schauen, so Kant, dann sehen wir ja, dass wir die Entscheidung haben zwischen Gut und Böse und dass es für uns eine große Wahrscheinlichkeit gibt und auch einen gewissen Druck von der Willensfreiheit auszugehen. Denn nur so sind ja dann eben auch moralische Erwägungen möglich und auch rechtliche Erwägungen möglich auf Grundlage eben der Willensfreiheit. Wenn man die als abgeschafft erklärt, wird es ja schwierig im Bereich des Rechts und im Bereich der Moralität. Ja, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Wie gekannt dann ist eine Moralphilosophie, also in der Kritik der praktischen Vernunft aufbaut. Das soll jetzt hier kein weiteres Thema sein. Kant hat den deutschen Idealismus initiiert. Er selber gehört nicht dem deutschen Idealismus an. Ganz einfach, weil er doch noch zu sehr von der Aufklärung eigentlich ausgeht. Er ist noch zu sehr da verhaftet, denn seine Lösungen, die er angibt, das sind doch recht starre Kategorien und Gegensätze. Also da ist auf der einen Seite die Sinnlichkeit, die ist passiv und der Verstand ist aktiv. Und diese vielen Gegensätze oder der Gegensatz zwischen Neigung und Pflicht, was dann eben in seiner Moralphilosophie ausgeführt wird. Und die Denkbewegung des deutschen Idealismus, die versuchte nun diese Gegensätze zu überwinden und auch gewisse Ungereimtheiten, wie zum Beispiel dieses Ding an sich, das ist ja so ein bisschen so ein hölzernes Eisen, weil was soll ein Ding an sich, ein Ding, über das man nun gar nichts sagen kann, was soll das sein? Und um diese Widersprüche zu überwinden, ist eben die Denkbewegung des deutschen Idealismus praktisch gestartet mit Fichte. Und Fichte hat also versucht, von diesem Ding an sich abzusehen und alles und alle Erkenntnis vom Bewusstsein ausgehen zu lassen, also von einem Ich. Das versucht ein Nicht-Ich, also da können wir jetzt vielleicht mal hier einsetzen, die Natur dann sukzessive zu erkennen. Aber da kann ich jetzt nur ganz kurz darauf eingehen, in diesem dritten Schritt. Das Problem bei Fichte ist, dass er über diese Konstruktion nicht im Prinzip die Natur voll verstehen kann. Es ist immer so, die Natur ist eigentlich nur so im Gegensatz von unserem Bewusstsein. Und wir haben damit immer nur zu kämpfen. Also die fichtige Philosophie ist, da kommt man nicht irgendwo an, da ist keine Heimat. Und das hat eben Schelling gestört, indem er dann mit seiner Naturphilosophie versucht hat, dieses Manko bei Fichte zu beheben. Also wo dann eben Schelling sagt, die Natur, das ist eben nicht etwas völlig anderes als der Geist, sondern das ist also komplementär zu sehen. Und Fichte dann doch auch sehr stark auf Spinoza dann rekurriert. Und dann haben wir noch einmal die Hegelsche Philosophie als die Krönung dieser verschiedenen Versöhnungsversuche. Und bei Hegel haben wir also den wichtigsten Ansatz, um diese schroffen Gegensätze, die bekannt ja noch da sind, zu versöhnen und die kantische Philosophie weiterzuentwickeln und letztendlich auf ein viel höheres Niveau zu heben.